hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen folge von minecraft heute wieder mit unserem ad mod for all ja hallo und unserem mistkäfer ja die beiden sind gerade dabei unsere kleine baumfarm oder multifarm aufzubauen und unser einer ist gerade dabei die stromversorgung wieder aufzubauen du hast jetzt gerade ich versuche es wieder beim letzten mal ist ja auch nicht gleich geklappt aber ich bin ja jetzt ein bisschen schlauer ja ich habe hier einen kleinen boiler aufgebaut dann hier den die steam turbine da noch reinkommen dann und von draußen hier jetzt die wasserversorgung damit ich denn auch um wasser ab auch ja dann würde ich erst mal sagen gebe ich erst mal an et weiter bei jahr da meister weil wir noch ein bisschen aktiv sein genau jetzt musst du dich dann gleich töten z.s.o. wenn ich bei drüben ich habe es schön dass schiener ist gefahren so ist immer da scheinbar genug so Schurken das vergessen auch ja ich hab grad bei einer Pallette mitnehmen können falls du unterwegs gewesen wärst nee ich war ja nur am Fluss ähm zack was hast du am Fluss gemacht? Wasser geholt oder wie? äh Zuckerro ach so das haben wir, das haben wir wir brauchen dann noch was haben wir noch über? Äpfel, ne Äpfel ist nicht so wild das ist n' du oder mein Kopf war? ach du komm, ja den hab ich gefunden auf ner Kuh drauf da dachte ich nehm ich immer mit äh schlimmer als wie dein Gesicht ja, dann ist es hier schon schlimm meine Schildgericht ist ja so schlimm sieht man wo hab ich hier aber... na doch schon hässlich ja vor allem so klein im Gegensatz 2 warum fällt jetzt die Päume da nicht? was hat er da? ich mag den nicht ich mag den nicht äh... endet werden endet werden endet werden sie auswendig schaubst sonst fühlt sich heute mal nach Hause ja ich droh mal nicht gleich, nee nein, noch nicht noch nicht, da noch nicht ist da noch nicht zu weit da kann ich auch mal beim Mörder vorbei ja, der ist ja gerade in meiner Welt, oder? nein, ich bin in der Oberwelt ok ich hatte den Junklo eigentlich eingesteckt, aber ich weiß nicht, warum ich den mitgenommen habe hast du vergessen also, hinter dem Häusel die haben mich noch gewundert, warum ich da einen eingesteckt habe jetzt weiß ich es ah, da ist er ja ich wollte mir hart zuschlagen, hast du aber einen Schwein hier ne, kannst sowieso zuschneiden, schlagt er ich weiß schon, dass mich das null interessiert ne, interessiert sich vielleicht schon, aber es macht nichts es macht mir nix ist besser gestockt erst wenn du meine Rüstung leerst bam 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 und wenn wir in der Sonne kämpfen, wäre Murdoch tot weil meine Rüstung ja oft landet ja ja, ja, so sind wir herz aller liebst ja jo hast du zufällig noch einen Wasser-Eimer bei dir? ja, also ich hab mal Eimer ja, das wäre super, ich bräuchte mal Eimer ein ein Eimer zack, ein Endepelle, 99 Stunden, perfekt okay läuft sehr wieder so, Bas-Chank war geladen, wir wollten ja ohne, oh, geht nicht ja, ich kann ja noch mal schauen, wie noch höher machen kann, den ganzen Dreck kann ich einfach nur meine Zahl eingegeben zum testen ja, das sieht auch nicht aus ja, das sieht auch nicht aus Zuckerrohr funktioniert hast du Dings auch schon dran gesetzt? äh, wie heißt das? diese Stachling-Dinger da ne, nachdem wir haben ne, sag schon, wie heißen die, ähm die Stachligen Stachling ja, nicht die Zuckerrohr, sondern das andere äh, äh, was in der Wüste wächst was in der Wüste wächst Kerk hat die Erkrankung die ist nicht aufgebrochen haben wir keine da oder hast du die mitgenommen? ich hab nix okay ich kann ja noch weiter flitzen ein Fenster zu und nichts Fenster drauf wir wollen definitiv Minus hier das heißt, ich nehme das abgehört hier noch aus was man ohne abgehört mal auf Kaktus, 480, nehme welche mit und sein Traum 500 5 Millionen, 240.000 Zicke mal ja 8 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 7 7 ein genau wie wir zuhause geschickt dann mache ich dann noch mal dann wenn wir draußen können die in der Bühne holen er wird er mit jetzt rollen er die Wunder hier als Freitagst her komische Pauweiß knack kann nackt da so hast du noch ein Eimerchen ich ja hier was hat er ein paar ich hätte einmal stehen hier aber was ein bisschen ich kann ja auch ein nicht mein Verwassungsrecht und fertig sehr gut und das den ganzen Missbrauch kein Mensch mehr Prozent haben die noch genügend Schaub ja Euro das was in einer Truhe drin ist Nö, 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 nö. Wir können hier nach Produzenten. Wir haben ja hier noch einen ganzen Sparei voll. Oder 35 Stacks haben wir hier noch. Dann warte ich noch mit dem anschließen. Erst wenn der komplett voll ist. Der war so. Wir brauchen hier. Wir brauchen eine bessere Stromversorgung, sonst wären wir da nicht weiterkommen, glaube ich. Solange er nichts machen muss, machen wir ja Plus. Aber sobald er was tun muss, machen wir Minus. Nur was können wir hier? Wir können hier noch mehr Generatoren aufstellen. Eine Variante. 80, 160. Oder wir schließen hier noch irgendwie Solar oder was an. Dass tagsüber dann der Puffer schneller voll wird und nachts hat er Zeit zum Entladen. Enderman. Was haben wir so Solarmäßiges Solar? Ja. Ich hab nix teuer. Die ultimative. Na, ich hab jetzt an Solarflux gedacht, dass die die was direkt elf produzieren. Also. Aber ist n teuer. Naja. Enderman. Können wir schon irgendeine Solar machen? Nee. Isolar. Äh, wir haben doch eine Isolar, äh, Paneele in einer Holzkiste, in einer Wohnung. Ja, das sind aber ne, Mechanismen, die funktionieren nicht so ganz. Okay. Die ist zu schwach für das, was wir da brauchen. Ja, du. Leider. Ich werd mal was anders testen. Ähm. Springen wir mal nach Hause. Wir haben eh nicht mehr so lange. Ah, Ed überholt mich von hinten. Von hinten. Und weg ist er. Ui, ui, ui. Erst lang noch kein Schnellzug fährt hier. So mit 70 km oder so. Ich bin in Laufen schneller. Ja, das stimmt wohl. Wir können aber eine, eine Folge lang nur in Zug fahren. Okay. Zug, es muss ich gehen, weil ich kein Essen hab. Zug, Zug. Na, da, ich überwollte ich. Kannst du in den Waggon auch schneller laufen? Nee. Äh. Nee, andere Richtung bitte. Wenn du ihn mir schon fährst. Ja, aber andersrum geht's schneller. Wenn du ihn mir umschrauben könntest, dass das andere grad vorne wär. Nee, das kenn ich nicht. Gut. Ähm, hast du Pisten als Rezept schon? Ja. Passt. Dann brauche ich mal. Das läuft alles schon. Ja, denn so muss man sich da mal vorstellen. Also Ed, der ist hier der große Koordinator. Ja, ich. Ja. Ist Käfer! Halt! Ach so. Ich hab' Nein verstanden. Nein! Ja, ja, die Jugend von heute. So, auf jeden Fall Ed ist der Koordinator. Wer noch kümmert sich hier um Rehkraft und ich eben er bleibt. Unter anderem er bleibt, ja. Weil ich den, äh, haust den kaputt hier. Ja, und er ab. Nee, ich doch nicht. Sascha doch nicht. Boah, da können wir eigentlich, eigentlich bald. Ja, ne Folge pendeln. Ja. Also macht's gut, Leute. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüssi. Los geht's. Wing Chun. Bersatell, ja. Bye. T uma. Tumaq.